Let's keep it moving, keep moving. Keep it moving, keep it moving. All right. We're doing well thus far. As long as we move right, we'll be good. It will make it harder for our enemies. I'm not playing. I didn't even know if that was a lie or not. But it don't matter. Everyone's getting shot at. Everyone. Now I'm just playing. But. They were enemies. You feel me? All right. So let's go this way. This tank is extremely slow though. I've seen tanks on the internet right? That are like fast, properly fast. But this one, I guess if you have a thick armor, a very thick armor, you know, it'll be harder to maneuver. So it's understandable to a certain extent. Alright cool, we got him. So, speaking of those smaller tanks right, if I get to use them, which I highly doubt I will, I'll love that. You feel me? I'll like, I'll tear through this battlefield. Blowing everything up in my path. You feel me? But, it's highly unlikely. So, I gotta get that out of my head. Alright, they were coming from this way. Bro, where did they come from? Alright, spotted one. Come on. We got him. Come on. There's another one. But he's behind. Hold on. There's one. Bro, move forward, move forward. Alright. I'm saving my armor for these people. People in the tanks because. Look at him hiding. That's very technical. Come on, bro. Don't hide. repente Come on, parry. I held something fire. Move, move, move! come on repair come on one more one more one more where is he all right we got him I think I saw one over here as well attacks were coming from this direction so hold on this game need to mark the enemies more because I'm just feeling shots and not no one's being marked come on take a peek you're next bro wait you gotta wait we gotta repair for us if we don't repair like what do you think what's gonna happen to us what's this I don't know but it's no longer a problem if it was me and I see a tank approaching I won't attack unless I know there was a chance of me taking down the tank if you know what I mean other than that like what's the point you're just worth an effort and giving out your location oh no aren't those the smoke signals of planes yeah 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 Aufschäden überprüfen. Jawohl. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Von zur Hölle, reden Sie da, der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, dort nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich, ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal Müller. Nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Aus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Ich möchte, dass Sie die Pflicht tun. Ich möchte, dass Sie... Auch hier machen. Wo ist Hauptmann? Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Oh Gott. Bringen Sie uns raus hier. Wir können den Hafen an nicht hier lassen. Raus, los. Oberkommando an Rundfunk 1, rücken Sie zur vorgeschobenen Basen vor. Zerstören Sie netzliche Unterlagen über unsere Truppenbewegungen und stoßen Sie an der Kathedrale zum Rest unserer Streitkräfte. Verstanden. Oberkommando. Oberkommando Ende. Oberkommando. Oberkommando.